Ich habe ja das Glück, dass ich meinen absoluten Traumjob ausüben kann. Ein ganz herzliches Willkommen hier in dieser wirklich tollen Kulisse in der historischen Stadthalle von Wuppertal zu unserem Projekt Zukunft. Das kann immer mal wieder passieren, wenn man viel unterwegs ist. Die erste EY Young Leader Life Sciences Business Meeting hier in der wundervollen Zurich. Also wir haben schon mal gute Stimmung hier, das Netzwerken funktioniert. Welcome to the German Design Award 2017. Not only to our booth, but to the automotive interior of the future. I'd like to welcome you to the German Design Awards 2019. Great that you're here! With the seven new products that we've just been showing you, we have paved the path of digitization for your company. Aber da kann man sich ja auch bestens die Bälle zuspielen. Mir sind die Hände jetzt so ein bisschen gebunden. Ich spiele Ihnen die Bälle verbal zu. In der Zwischenzeit verabschiede ich mich von dir. Bis bald zur nächsten Ausgabe. And I hope that you're having a very productive and great exhibition. Take care. Bye bye. Bis dann. Tschüss.